19 Uhr, die Nachrichten. In Österreich zeichnet sich eine Regierungsumbildung ab. Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern will sich die österreichische Volkspartei neu aufstellen. Als gesetzt gilt Innenminister Nehammer, der neuer Parteichef werden soll und nach Medienberichten auch neuer Bundeskanzler. Der bisherige Amtsinhaber Schallenberg trat bereits zurück und wird vermutlich zurück ins Außenministerium wechseln. Am Abend erklärte Schallenberg, es sei nie sein Ziel gewesen, die Funktion des Bundesparteiobmanns der neuen Volkspartei zu übernehmen. Beide Ämter, Regierungschef und Bundesparteiobmann, sollen aber rasch wieder in einer Hand vereint sein. Kurz hatte heute seinen vollständigen Rückzug aus der Politik angekündigt und dafür private Gründe geltend gemacht. Wegen Korruptionsvorwürfen war er im Oktober als österreichischer Kanzler zurückgetreten. Er blieb aber Vorsitzender der österreichischen Volkspartei und wurde deren Fraktionschef im Parlament. Bei einem Besuch in Zypern hat Papst Franziskus die Menschen der geteilten Insel zu Dialog und Versöhnung aufgerufen. Der Weg dorthin sei mühsam und lang, es gebe aber keine Alternative, sagte der Papst vor Vertretern der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem Diplomatischen Chor der zyprischen Hauptstadt Nicosia. Die Insel sei ein Kreuzzugspunkt der Zivilisationen und habe über Jahrhunderte Völker verbunden und nicht isoliert. Zypern müsse deshalb weiter zu einer offenen Baustelle für Frieden im Mittelmeer werden, so der Papst. Zyperns Staatspräsident Anastasidis bedankte sich bei Franziskus für seine Bereitschaft, 50 Migranten mit nach Italien zu nehmen. Diese symbolische Geste sei ein starkes Signal, dass die EU-Einwanderungspolitik dringend überarbeitet werden müsse. Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung der Finanzhilfen für Unternehmen verständigt, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Das Sonderprogramm der staatlichen Förderbank KfW, das Unternehmen schnelle und zinsgünstige Kredite ermöglicht, soll dem Beschluss zufolge fortgesetzt werden. Für die Betreiber von Weihnachtsmärkten werde es eine Überbrückungshilfe geben, hieß es. Die Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld mit einer längeren Bezugsdauer hatte das Kabinett bereits bis Ende März verlängert. Bund und Länder verständigten sich zudem darauf, dass der Bundestag zeitnah über eine allgemeine Impfpflicht entscheidet. Sie könne ab dem kommenden Februar greifen. Der Ethikrat soll bis Jahresende eine Empfehlung vorbereiten. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, wie beispielsweise Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, soll schon früher kommen. Einen entsprechenden Vorschlag für einen Gesetzentwurf hat das Bundesgesundheitsministerium erarbeitet. Der Ministerrat der EU hat die geplanten Sanktionen gegen Belarus formell beschlossen. Sie richten sich nach Angaben von Diplomaten gegen insgesamt 28 Personen und Unternehmen, die an der Schleusung von Migranten an die europäischen Außengrenzen beteiligt gewesen sein sollen. Die Namen sollen am Abend im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Damit sind die Sanktionen offiziell in Kraft. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen wie dem Irak oder Syrien ins Land zu holen, um sie an die Grenze zu Polen oder den baltischen Staaten zu schicken. Hilfsorganisationen warnen vor einer beispiellosen humanitären Katastrophe in Afghanistan. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften erklärte, das Land stehe vor einer der schlimmsten Dürrekrisen seit Jahrzehnten. Mehr als 50 Prozent der afghanischen Bevölkerung litten schon jetzt unter einem Mangel an Nahrungsmitteln. Millionen Menschen kämpften aufgrund von Ernteausfällen und einem Mangel an Bargeld für notwendige Grundgüter ums Überleben. Das Wetter. In der Nacht an den Alpen Schnee, an den Küsten Regen und Schneeschauer. Dazwischen vielerorts aufgelockert. Lokal Nebel, Tiefstwerte 0 bis minus 8 Grad. Morgen an den Alpen abklingender Schneefall. An der See Schnee oder Regenschauer. Sonst bewölkt und meist trocken. Später im Nordwesten und Westen Regen- oder Schneetemperatur. Temperaturen 1 bis 6 Grad. Die Aussichten am Samstag im Nordosten meist trocken. Sonst von Westen her Niederschläge. Im Bergland und im Osten als Schnee. Im Südosten auch gefrierender Regen 2 bis 10 Grad. Am Sonntag gebietsweise schauerartige Niederschläge. In Tiefenlagen Schneeregen oder Graupel 1 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten. Mehr Informationen in den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek. Das war ein Jesús, um from iedereen zu früh. Jetzt haben wir mit Ihnen begreiten. All das ist das Nummer 3 bis 5 type. Vielen Dank.